Ich bin heute mit den Aktivistinnen und Aktivisten der Schlachthaus Nachtwache Zürich unterwegs. Wir sind in der Herdernstraße. Hier befindet sich ein Schlachthof mitten in der Stadt, 10 Minuten entfernt von da, wo ich wohne. Es ist kurz nach halb 5. Demnächst werden die ersten Tiere angeliefert und wir möchten das so gut es geht dokumentieren. Ziel dieser Nachtwachen ist aktive Anteilnahme. Wir wollen die Tiere aus der Anonymität holen, ihnen eine Identität geben und dafür sorgen, dass sie, auch wenn sie sterben müssen, nicht in Vergessenheit geraten. Gerade sind die ersten Trucks erschienen. Ich versuche möglichst nah dran zu kommen und das Geschehen aufzunehmen. Ich bin jemandenый ascender! Ich bin jemanden! Er spricht in der Zwischenzeit. Ah- charismatic! Er spricht in der Zwischenzeit! Ja, ich bin jemanden! Er spricht im Alltag. Ja, ich bin jemanden! Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und auch wenn die Welt Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020